Hier kann man schön beobachten, Gerangel zwischen halbstarken oder schon fast ausgewachsenen Ochsen. Die sind jetzt schon zweieinhalb Jahre alt, die laufen hier in der Milchviehde mit. Und da kann man auch sehen, dieses Gerangel gehört dann dazu. Und besonders interessant sind sie ja behornt, wie sie dann mit den Hörnern umgehen dabei.